Garçon, welchen Wein könnte ich zu einem Radieschen trinken? Da empfehle ich Monsieur eine Muscatella. Ist der trocken oder süß? Trocken ist er. Ich hätte aber lieber etwas Süßes. Dann vielleicht einen Soutern? Ist der süß? Der ist sehr süß. Etwa zu süß? Er ist süß. Möchten Sie lieber etwas halbtrockenes? Nein, lieber etwas halbsüßes. Ah, halbsüßes. Habe ich sofort gemerkt, Sie haben überhaupt keine Ahnung. Es ist schon besser, wenn ich mir selbst was aussuche. Also, Ihr Mineralwasser, würden Sie das empfehlen? Das ist ganz vorzüglich. Fragen Sie, Herr Wald. Oder sollte ich vielleicht lieber so dazu? Das kann ich empfehlen. Ich hab's, ich weiß, was ich nehme. Einen Spruch. Nicht zu kalt und möglichst wenig Kohlenzoll. Nicht papapapapap. Ne, pipipipipipip. Darf man das dem Gast aus der Hand reißen? Charmant und langsam. Ah, was bringen Sie da? Das habe ich nicht bestellt. Ein Radieschen. Ein Radieschen. Da muss man mir nicht gleich einen halben Zentner bringen, Gast. Nun, was ist? Bekomme ich kein Besteck? Ein Messer genügt. Danke. Ich hab's mir überlegt. Ich brauch auch kein Messer.